Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute werfen wir mal einen Blick auf Project Scarlett, Microsofts mittlerweile offiziell angekündigte Next-Gen Xbox-Konsole. In diesem Video will ich erst darüber sprechen, was offiziell bereits bekannt ist, also kurz gesagt, was uns Microsoft auf der E3 verraten hat. Dann kommen wir zu den inoffiziellen, aber vertrauenswürdigen Informationen und ganz am Ende zu den wilden Spekulationen, welche die Konsole umgeben. Bei all diesen Infos achten wir bei WindowsArea.de trotzdem auf absolute Seriosität unserer Quellen und Informationen, trennen Gerüchte klar von echten News und recherchieren ausführlich zu jedem Thema. Wenn das gut klingt, dann schauen wir gleich mal gemeinsam rein. Also das, was uns Microsoft an Infos zu Project Scarlett auf der E3 geliefert hat, das war ja mal ziemlich karg. Um nicht zu sagen, es gab lächerlich wenig Infos. Hier ist also, was wir offiziell schon wissen dürfen. Xbox Scarlett erscheint wohl vor Weihnachten 2020, basiert auf einem eigens entwickelten AMD Ryzen Zen 2 Prozessor und nutzt die Navi-Grafikarchitektur samt Raytracing-Unterstützung. Microsoft arbeitet auch mit GDDR6-Arbeitsspeicher und wird in der Konsole eine neue, besonders schnelle SSD verwenden. Während keine Details genannt wurden, soll es sich um eine nächste Generation an SSDs handeln, die ganz besonders schnell ist und sogar als virtueller Arbeitsspeicher genutzt werden kann. Insgesamt wird die Konsole laut Microsoft viermal schneller sein als die Xbox One X und die SSD soll die Ladeperformance um bis zu 40mal steigern. Apropos Laufwerke. Xbox Scarlett wird ein Laufwerk haben. Und dann wurde da ganz am Rande einfach mal 8K und 120 FPS erwähnt. Microsoft hat einfach nur 8K gesagt. Und in einem ganz anderen Zusammenhang dann 120 FPS. In jeder News-Headline stehen somit Xbox Scarlett, 8K und 120 FPS direkt nebeneinander. Kluger Schachzug von Microsoft. Das war's dann auch schon. Microsoft hat uns eine wirklich minimal kleine Dosis an Infos gespritzt und es braucht echt mehr, dass ich high werde. Oh, wobei eine brutal konkrete Info hat Microsoft dann doch auf der E3 verraten. Es hat Monster für Frühstück. Jetzt müssen wir aber auch schon langsam mal mit der Analyse dieser Infodosis beginnen. Und jede Analyse ist, mangels besseren Wissens, eine Spekulation. Schauen wir erstmal nur auf die Begriffe 8K und 120 FPS. Wenn Scarlett wirklich in 8K spielen könnte, würde Microsoft jetzt schon 20 Meter hohe Werbeplakate mit 8K Gaming in jeder Stadt auf der ganzen Welt aufhängen. Stattdessen hat man über diesen Begriff einmal gesprochen und dann nie wieder. Schon der gesunde Menschenverstand sagt einem aber, dass echtes 8K Gaming weder bei Xbox Scarlett noch bei der Playstation 5 möglich sein wird. Sony sprach ja auch nur von 8K Graphics, aber das könnte echt alles sein. Ich rechne damit, dass beide Hersteller damit nur meinen, dass ihre Konsolen 8K Inhalte ausgeben können. Mehr steckt nicht dahinter. Dass Microsoft fast im gleichen Atemzug dann noch 120 FPS sagt, ist reines Marketing. Mit keinem Wort wurde im Zusammenhang mit diesem 120 FPS Gaming nämlich wirklich die Auflösung genannt. 4K dürfte da logisch sein. Immerhin schafft auch die aktuelle Xbox One X ja schon zum Teil stabile 4K bei 60 FPS. Microsoft wird euch mit Project xCloud nicht nur erlauben, Spiele aus der Cloud zu zocken. Wie auf der E3 angekündigt, werdet ihr eure Xbox-Konsole zu Hause als xCloud-Server nutzen können. Also, alle Spiele, die ihr auf der Xbox zu Hause habt, könnt ihr damit im Grunde mitnehmen. Wenn ihr unterwegs zocken wollt, auf dem Laptop, Tablet oder Handy, könnt ihr euch ganz einfach mit eurer Xbox zu Hause verbinden und spielen. Eure Xbox wird also zum ganz privaten Cloud-Gaming-Server. Dafür werdet ihr zu Hause natürlich mal ein gutes Internet brauchen. Aber das ist ja für Cloud-Gaming sowieso eine bekannte Mindestanforderung. Xbox Scarlett dürfte damit aber auch klar mit der Intention gebaut werden, dass die Konsole als Cloud-Gaming-Server vermarktet werden kann. Somit rechnen wir mit einem guten Netzwerk-Stack, wo WiFi-Version 6 ziemlich sicher und hoffentlich auch 10 Gigabit Ethernet unterstützt wird. Microsofts Strategie sah anfangs vor, zwei Konsolen auf den Markt zu bringen unter dem Xbox Scarlett-Codenamen. Hierzu gab es bereits ziemlich konkrete Infos und die Codenamen lauteten Anaconda und Lockhart. Anaconda sollte dabei die Premium-High-End-Konsole sein, während man mit Lockhart einen günstigeren Preisbereich anpeilen wollte. Eigentlich also, wie das mit der Xbox One S und der Xbox One X bereits der Fall ist. Das Problem? Auf der E3 gab es kein Wort dazu. Die Pläne haben sich also geändert. Xbox-Chef Phil Spencer hat das auch kürzlich bestätigt, dass Scarlett nur eine Konsole sein wird. Also so ungefähr. Das bedeutet, der Druck auf Microsoft wird größer. Dieses eine Produkt muss es mit der PlayStation 5 aufnehmen. Der Plan dürfte allerdings anfangs so ausgesehen haben. Microsoft dachte wohl, dass man mit Anaconda erheblich mehr Leistung bieten kann als bei der PS5, wenn man nur eben etwas mehr in Hardware investiert und sie damit ein Stück weit teurer macht. Und jeder, der sie sich nicht leisten kann oder will, kann ja die Xbox Lockhart kaufen, die ein bisschen schwächer ist als die PS5. Aber ich denke einfach, dass Microsoft erkannt hat, dass man mit einem geringfügig höheren Preis von, ich sag mal, 100 oder 200 Euro mehr, zu wenig Mehrwert schafft. Zumindest keinen Mehrwert, den die Spieler wirklich erkennen können. Wenn Anaconda bis zu 200 Euro mehr gekostet hätte als die PS5, aber dafür dann wirklich echtes 8K Gaming bieten kann, dann wäre das ein klarer Mehrwert für die Zukunft. Aber das spielt es wohl einfach nicht. Heutige Hardware ist einfach nicht so weit, wo man für einen vernünftigen Aufpreis ein vermarktungsfähiges Plus an Leistung bekommen kann. Deshalb wird es Anaconda und Lockhart einfach nicht geben. Stattdessen dürfte die Xbox One X einfach diesen Platz der günstigeren Konsole im Lineup einnehmen. Und ja, das ist quasi meine Vermutung zu der ganzen Sache. Microsoft hat sich mit der Xbox One X durch gutes Marketing ein bisschen den Ruf gemacht, dass man auf hohe Leistung aus ist und die beste Version der Games nur auf Xbox spielbar ist. Zumindest ist es das, was Microsoft uns seit Ende 2017 regelmäßig in seiner Werbung vermitteln will. Das ist jetzt natürlich auch die Erwartung der Kunden für die nächste Generation. Die wollen jetzt Power. Microsoft hat auch ganz vorsichtig schon gesagt, dass Xbox der beste Ort sein soll für Gaming und man Hardware bieten will, wo Entwickler die beste Version ihrer Games anbieten können. Ein konkretes Versprechen kann man daraus aber jetzt nicht ableiten. Und dieses kann euch Microsoft auch wohl gar nicht geben. Bei den Entwickler-Kits soll einem Gerücht zufolge aktuell die PS5 bei der Leistung die Nase vorne haben. Hieraus würde ich aber jetzt nichts ableiten, denn die Entwickler-Kits unterscheiden sich so lange vor dem Launch oft deutlich vom finalen Produkt. Ich denke aber ohne diese Anaconda-Doppel-Strategie wird es Microsoft ganz schwer haben, gegen Sony leistungstechnisch anzukommen. Hier wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben und ich weiß echt nicht, wer sich da am Ende besser aus der Affäre zieht. Was denkt ihr? Sagt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren. Das war es auch schon von mir und von diesem Video. Wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Xbox und Surface sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns schon im nächsten Video wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.